Keep singing, ich bin schneller als Klaus. Ich kann das nicht. Nein. Och Mann. Leute, willkommen zurück zu Just Dance. Willkommen zurück zu Just Dance. Willkommen zurück zu Just Dance 2014. Okay, okay. Heute neue Session. In der letzten Folge hat es ja nicht funktioniert. Und heute... Oh, Jungs gegen Mädchen. Ich liebe das. Jungs, Jungs, schnell auswählen. Ja, meine Lieben. Wie geht's euch denn so? In der letzten Session haben wir leider Probleme und sind immer rausgeschmissen worden. Och nee, den Tanz hatten wir schon mal. Na gut. Heute ist es relativ kalt hier draußen. Deswegen bin ich froh, dass ich ein bisschen tanzen kann. Weil ich mich dann so ein bisschen warm machen kann. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Okay. Ich habe es ja irgendwie... Ich habe mich ja irgendwie angewöhnt, ständig in den Folgen zu tanzen, äh, zum mitzusingen und auf den Text zu achten. Und tanze dadurch irgendwie meines Erachtens ein bisschen schlechter. Deswegen muss ich mich anstrengen. Weil ich bin jetzt letzter. Okay, gut. Ich mache die Silhouetten im Hintergrund. Die sehen so toll aus. Hey, schaut mal echt. Da habe ich in ein paar Wochen nicht mehr getanzt und schon werde ich von allen überholt. Wenn ich mir so die ersten Folgen von diesem Just Dance Sets player anschaue, da bin ich relativ gut und jetzt lose ich die ganze Zeit ab. Ich muss mir das echt angewöhnen, dass ich mehr Tänze drauf habe. Nicht nur meine Standard-Tänze, wie Lady Gaga oder Turn of the Love und den ganzen Kram. Das ist ja peinlich. Das ist peinlich. Das ist Kontroll. Wow, ja, der habe ich eh schon lange verloren. Und als sie lauter, wir singen lauter und verlieren die Kontrolle. Lieder und Lieder und Lieder. Lieder und Lieder. Ach so, ja, stimmt. Lieder und Lieder. Lieder und Lieder. Ich muss da ein bisschen reinkommen, echt. Aber dritter Platz ist nicht schlecht. Also dritter in meiner Gruppe zumindest. Okay, das war jetzt irgendwie Fail, aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft. Teilweise ist es einfach nur Glückssache. Aber die drei aus Deutschland, nicht schlecht. Ich werde echt viele Punkte sammeln, weil das sonst peinlich ist. Soll ich dann leiser sein, mich stärker konzentrieren oder lieber mehr erzählen? Da habe ich dann vielleicht ein bisschen abkacken. Oh, jetzt ist Isa da. Jetzt ist Isa da. Wenn Isa da ist, dann geht es rund. Da muss ich aufpassen, da muss ich Gas geben. Let's risk control, wow, wow, let's say no. Oh, nein. Nein. Let's say no, wow, wow. Lieder und Lieder und Lieder. Lieder und Lieder. Lieder und Lieder. Oh, Lieder. Oh, Lieder und Lieder und Lieder. Oh, Lieder und Lieder und Lieder. Oh, Lieder und Lieder und Lieder und Lieder. Oh. Wow. Zweiter Platz. Du, 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 du. Ja, sehr gut. Zweiter Platz für einen Song, der fünf Sterne erreicht, aber für einen Song, den ich nicht so gut kann. Und ich möchte mal einen Tanz haben, den wir hier in diesem Let's Play noch nicht hatten. Bevor ich aufgenommen habe, hat mir Claudia erzählt, dass Aladin kam. Wäre blöd, ne? Ich hätte gerne Aladin aufgenommen. So. Meine Mädels, Enrique und Lelut, Lelut, Lelu, Lelu, keine Ahnung. Ah, ich muss mal gucken. Ja, geht doch. Weil, sehr, sehr wichtig, ich muss mal wieder den ganzen Content, der auf meiner Kamera ist, kurz auf meinen Laptop laden, damit ich wieder genug Platz habe, um hier, ähm, mich aufzunehmen, sozusagen. Also das, was ihr hier unten seht. Oh, Abstimmung? Lady Gaga. So, wir sollen mal den Kick geben. Wird wahrscheinlich eh nicht gewählt. Aber, ähm, die Revanche von der letzten Folge, weil das ja nicht geklappt hat. Ich würde mich freuen, wenn Lady Gaga gewählt wird, und dann kann ich nochmal abgehen. Weil ich möchte es euch beweisen. Und rechts unten steht, Issa hat diese Woche 98 Sterne verdient. Wie viel habe ich eigentlich verdient? Weiß man das? Weiß man nicht. Lady Gaga. Ach, Feed this Moment, ey. Ah, ja gut. Hat man zumindest nicht. Schon länger nicht. Hat man schon mal, aber schon länger nicht mehr. Also daher ist es ganz okay. Feed this Moment, let's go. I call it twice. I don't feel this moment. I want it twice. I fall away. I turn away. I don't know where the mind is going. It'll spin here with a bowing. Jetzt erfinde ich schon wieder Wörter. I just wanna feel this moment. Jetzt kommt wieder diese Schwimmpassage. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Listen to it now. Christina Aguilera. Nein. Wichtige Punkte verpasst. Oh Mann, das hab ich jetzt echt verkackt. Ich bin zu weit hinten, oder? Oh, da meldet sich mein Icon. Noch mal. Los, ich will diesen Moment spüren. Mit Pitbull. Und Christina Aguilera. To the end of the world, I just wanna feel this epic moment. Nur deutsche Spiele, ey. Und wieder voraus. Was nochmal? Frankreich, hab ich das richtig im Kopf? Zack, 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 zack. Woo, 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 woo. Oh, nur X bekommen. Ich darf nicht zu weit nach vorne gehen. Ja, jetzt haben wir's wieder. Ja, ich muss ein bisschen mischen, ne? Zwischen Perfektion und ein bisschen Entertainment. Okay, was heißt Perfektion? Aber so, dass ich hier noch ordentlich abräumen kann. Aber ich mag's nur nach vorne zu gehen und die Kamera ein bisschen mit der Kamera spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja. Ja, 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 gut. Gib mir dein Geld. Sag ich zweimal nein. Und dann guckst du mich blöd an und sagst, was? Gib mir dein Geld und ich sag je. Ja. Okay, das war jetzt wieder blöd. Getimed von mir. I just wanna feel this epic moment. Ich muss einfach ganz viele Folgen nehmen. Weil dann sind die anderen zwei geschwächt vom vielen Tanzen. Und dann kann ich meine Chance nutzen. Okay, ich werde dann wahrscheinlich auch geschwächt sein. Zack, zack, zack. Woo, 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 woo. Ja, seht ihr? Ich bleib mal weiter hinten. Und dann krieg ich die ganze Zeit perfekt bei der Position. Oder bei dem Move. Boah, was kommt nach? Troublemaker? In so einer alternativen Version? Hab ich nur nie getanzt. Boah, woah, 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 woah. I just want to feel this moment, zack. Aber mega lustig. Ja, wie mich alles zu erwarten ist, iso auf dem Ersten. Wie mach ich das jetzt? Wie mache ich das? Soll ich mal teilweise ein bisschen stiller sein? Aber ihr merkt ja wahrscheinlich selbst, wenn ich so mittel bin, also teilweise konzentriere ich mich, teilweise konzentriere ich mich aufs Kommentieren und dann fehlt da so ein bisschen der Kick dahinter. Also entweder das eine oder das andere, am besten natürlich beides, aber dann ein bisschen mehr Kick reingeben. Ich versuch, ich versuch, aber erstmal muss ich was trinken. Heute nicht, Pipi, was anderes. Schaut mal. Deinerys oder Kaldrogen? Nimm mal Kaldrogen, was auch immer das sein soll. Ähm, das ist Blut. Ähm, Ameisenblut. Moment, Moment. Oh Gott, was ist denn das? Was, wie geht das? Okay, auch nicht schlecht. Oh Gott. Trouble, Trouble, Make-up. Aber, ja, ist schon cool, aber ist schon schwer. Was macht er da? Mama, keep saying I am faster than Klaus. Was? What? Habt ihr den Sprung gesehen? Ich hab, ich hab ja nicht bekommen. Oh Mann. Okay, das geht eigentlich. Trouble, 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 Make-up. Trouble, Trouble, Make-up. Trouble, Trouble, Make-up. Trouble, Trouble, Make-up. Oh Gott, je affig das bei mir aussieht wahrscheinlich. Wie so ein... ähm... Keine Ahnung, Just Dance, Anfänger. Hahaha, den Sprung ist gut. Ja. Hört so. Mama, keep saying I am faster than Klaus. Und mit Klaus meine ich nicht... äh, meine ich den Vornamen. Hab ich das gerade eben schon gesagt? Hä? Jetzt gehen wir teilweise ein bisschen zu schnell. Haha, was macht der für Übungen? Okay, das ist okay. Also hier, bisschen Bauchmuskeln trainieren oder sowas. Bisschen Seilspringen. Okay, gut. Was kommt jetzt? Hurts so bad. Mama keeps singing. Ich bin schneller als Klaus. Ich kann das nicht. Nein. Oh Mann. Okay, bisschen Klatschen. Was macht der? Und danach kommt Lady Gaga. Alles klar. Aber ich glaube, für Lady Gaga reicht es nicht. Ich glaube, sie müssen wir leider überspringen. Ähm, oder? Doch, könnte noch reichen. Also es geht lediglich um den Platz auf dem Handy. Ähm, ja, geht noch. Puh, meine Lieben, wir sehen uns gleich in der Endcard. Ciao, ciao. Das war's mit Folge Nr. 27 von Just Dance 2014 online gegen die ganze Welt. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist das wie immer kein Problem. Denn hier findet ihr Folge Nr. 26 und hier Folge Nr. 28. Zeigt das Video euren Freunden. Wenn ihr Spaß daran habt, kauft euch das Spiel und tanzt mit. Und dann sehen wir uns wie gewohnt in der nächsten Folge von Just Dance 2014. Bis dann. bis dann. Bis dann.